Eine Frau ohne Gedächtnis. Das einzige, was aus meinem alten Leben geblieben ist, ist meine Tochter. Verfolgt von der Vergangenheit. Dieses Miststück hat mehr Leben als eine Katze. Ben und Semir sollen sie beschützen. Doch dann... Wer bin ich? ...wird sie selbst zur tödlichen Waffe. Mein Leben ist eine einzige Lüge. Die Frau, die du liebst, gibt es nicht. Schieß endlich! Alarm für Cobra 11. Gleich.